Wenn ich schnauze jetzt, bin ich dran. Arschloch. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Overwatch 101 Battle. Mit mir in der Dome und als mein Gegner ist der Steven heute mal da. Moin Leute. Ja, wir starten hier unser erstes Match mit dem schlimmsten 1 gegen 1 Champion, den es gibt. Ja, aber okay. Ich bin auch übel eingerostet. Ja, wir haben jetzt zwei Monate nicht gespielt irgendwie, alle oder so. Und parallel nehmen gerade die anderen auch noch auf. Ich bin mal gespannt, wie das alles hier ausgehen wird. Geh weg! Ah, da hat er Glück. Ah, nice. Leg dich nicht mit dem Boss an, ey. Boah, ey, nach. Anna L. Hör niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Hör niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Ja, die Stimmen sind bei mir auch laut. Und diese Anfangsmusik. Aber hier, in-game geht's. Ja, in-game geht's nicht. Ja, Schüsse sind okay. Oh nein! Gott, ich bin so blöd. Oh Gott, ich hab auch schon den Links-Shift gedrückt. Ich hab kein Sleep-Sat mehr. Ah, du auch nicht. Sehr nice. Oh nein, ich muss noch was. Nein, was? Ich hab falsch gedrückt! Hier wird wieder hart rasiert, Leute. Hier wird wieder hart rasiert. Hat er wieder der Skill ausgepackt. Oh mein Gott, ey. Oh, Farrah kann ich gar nicht, ey. Da könnte ich vielleicht jetzt im Vorteil sein. Ja. Kann man da oben drauf? Nein, kann man nicht. Weil ich bin absolut kein Farrah. Farrah, 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 William Farrah. Meine scheiß Nabe vom scheiß Weisheits-Szenen sieht wieder richtig weh. Das Cancel wieder richtig rum. Oh Gott, ich muss mich gerade so aufs Fliegen konzentrieren. 2 zu 1. Achtung! Ja, aber mit Farrah bin ich einigermaßen. Das wird jetzt interessant. Oh ja. Überall mit Sediata hab ich zwischen mir auch so richtige Lackrunden, wo ich richtig abrasiere. Und hin und wieder so Runden, wo ich einfach gar nichts gebacken kriege. Ja, manchmal triffst du einfach überhaupt gar nichts. Mit seinen dicken Metal-Balls. Du hörst halt auch so fucking leise an, den hörst du halt einfach gar nicht. Oh! Du hörst du, du Hund. Ein vorübergehender Rückschlag. Unruh, das Tafel der Seele. Ach, das hat der Stürmer hätte gelandet, ey. Punkt, der Stand. 3 zu 1. Das waren sie. Oh Gott. Oh, es geht noch weiter. Okay. Noch nie gespielt. Noch nie gespielt. Ich auch nicht. Ich dachte, es geht darum, wer zuerst rein gewandert. Nee, wenn du Voreinstellungen nimmst, dann sind es glaube ich 4 oder 5. Ich weiß es nicht genau. Okay. Ich habe so überhaupt keine Ahnung, was du kämpfen kannst. Ich auch nicht. Außer schießen. Ja, so. Stopp. Loll. 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 Ich mache das. Es war gerade am Hacker St Het zum Chat. Es war sehr knapp. Richtig knapp. Khatapar Das war gerade am Hacker Das Harte Duell der Noobs, ey. Ich hatte so 3.000 Punkte noch, bevor ich gespielt hatte Hab mir den Skin gekauft, weil ich ihn übel geil finde, zu ziehen eben erst aus der ersten Kiste also richtig schlecht. einfach. EG overwatch. Alter der Haken. Lange Abklingzeiten hier. Oh Scheiße. Fuck. Punktestand 2 zu 4. Das war nicht gelangt. Ja von mir. Achso. Gerechtigkeit vollstreigt sich nicht von allein. Puh. Mit dem alten Mech hier. Erstmal die Bibliothekroboter kaputt schießen. Richtig hart gefailt mit meinem ersten Antriff. Fuck you. Du machst mal Pause. Nicht bewegt. Nein. Ach Dreck. Sieh. Hau. Oh Gott. Ja. Ich würde sagen die erste Runde geht an mich. Anleitung des Spiels. Loll. Hauptsache es gibt noch ein Highlight damit. Ja. Natürlich. Ich fähre mal als Scharf schon zu sagen. Das finde ich interessant. Einfach richtiger Luckshot. Wie denn Luckshot? Ja. Der war Lucky. Du hast direkt getroffen. Ja das stimmt. Ja aber da wünsche ich mal. Sag ich mal. Congrats to you. Hast du dir verdient. Ja und sogar noch ein Level Up. So muss das ne. Nice. Na gut. Okay. Dann ja. Bis zur nächsten Runde. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Genau. Bis zur Rückrunde vor allem. Halt rein. Bis zum nächsten Mal.